Die Landwirtschaft entwickelt sich ständig weiter. Neue Technologien, neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen und letztlich eine neue Art, sich ihnen zu stellen. Eine, die ihre Arbeit wirklich verbessern kann, sie leichter, effektiver und produktiver macht. SDF Smart Farming Solutions, die Revolution ihrer Arbeit. Integrierte digitale Lösungen entwickelt für eine neue Generation von Landwirten ihre. Ausgerichtet auf Einfachheit, Effizienz und Exzellenz. SDF Smart Farming Solutions bietet ihnen eine breite Palette an hochmodernen digitalen Lösungen. SDF Data Management, SDF Guidance, iMonitor, ISOBUS. SDF Data Management. Mehr Konnektivität für ihre Arbeit. SDF Data Management sind hochmoderne digitale Lösungen, welche ihre Daten miteinander verbinden und optimal verarbeiten. Die neue SDF Data Plattform bietet ihnen einen zentralen Zugang zu allen Anwendungen, die sie benötigen, um ihre Daten zu verwalten und die Effizienz zu maximieren. SDF Fleet Management. Die Anwendung, die sie mit Informationen über die Performance ihres Traktors versorgen. In Echtzeit und von überall aus. Planen sie ihre Wartungsintervalle und legen sie Geofence Profile fest, um sicherzustellen, dass ihr Traktor immer innerhalb der vordefinierten Grenzen arbeitet. Profitieren sie von dem Fernsupport zum iMonitor, um die Unterstützung zu erhalten, die sie benötigen. Bleiben sie mit ihrem Traktor always on. AgriRouter, die offene und universelle Plattform verbindet ihre Maschinen und Softwareanwendungen wie FMIS einfach und schnell, ohne USB-Sticks. Es bietet ihnen die Freiheit, die für ihren Betrieb am besten geeignete Lösung zu wählen. SDF Guidance. Mehr Präzision für ihre Arbeit. Als eines der fortschrittlichsten automatischen Längssysteme garantiert SDF Guidance zentimetergenaue Präzision und Wiederholbarkeit. In Kombination mit ISOBUS können sie bis zu 200 Teilbreiten automatisch schalten. Auch bei vorübergehendem Ausfall der Satellitenverbindung garantiert die SkyBridge Technologie höchste Genauigkeit für bis zu 20 Minuten. Für zusätzlichen Komfort aktivieren sie die Autoturn-Funktion, die automatische Wendemanöver am Vorgewende ausfüllen. So können sie sich vollständig auf ihre Arbeit konzentrieren. iMonitor. Mehr Kontrolle über ihre Arbeit. Die zentrale Schnittstelle, die ihnen die volle Kontrolle über alle Anwendungen ihrer Maschine gibt. Die Extend-Funktion dupliziert ihre iMonitor-Ansicht auf ein handelsübliches Tablet, um ihre Arbeit zu erleichtern, Zeit zu sparen und ihre Produktivität zu steigern. ISOBUS. Mehr Zugänglichkeit für ihre Arbeit. SDF bietet ihnen eine erstklassige Kompatibilität mit ISOBUS-Geräten. Außerdem verbessert es ihre Arbeitseffizienz mit TIM, Traktor Implement Management, dem Kommunikationsstandard, der es ihrem Gerät ermöglicht, einige Funktionen ihres Traktors automatisch zu steuern, wie Fahrgeschwindigkeit und Hydraulik. SDF Smart Farming Solutions bringt neue Technologien zusammen, die für sie entwickelt wurden, um noch effektiver zu sein. Starten Sie eine neue Revolution. SDF Smart Farming Solutions. Die Revolution für ihre Arbeit.